Die Schwere Kompanie ist die Panzerabwehr- und Feuerunterstützungskompanie eines Infanteriebataillons der Fallschirmjäger, Gebirgsjäger und Jägertruppe in der Bundeswehr. Die Schwere Kompanie unterstützt die Infanteriekompanien mit Steilfeuer, weitreichenden Panzerabwehrwaffen, Feuer der 20 mm Maschinenkanonen sowie mit Aufklärungsmitteln des Aufklärungszuges, Joint Fire Support Teams als Streitkräfte, gemeinsame, taktische Feuerunterstützung oder auch Joint Fire sind im Artilleriebataillon 131, dem Artilleriebataillon 295 und dem Artillerielehrbataillon 325 sowie dem Artillerielehrbataillon 345 und in den schweren Jäger, schweren Fallschirmjäger und den schweren Gebirgsjägerkompanien vorgesehen. Als Panzerabwehrkompanie kann sie je nach Ausstattung und Motorisierung den Kampf gegen gepanzerte Feindkräfte in der Verzögerung und in der Verteidigung nicht jedoch im Angriff führen. In der Feuerunterstützung verstärkt sie die Jägerkompanien des Bataillons in der Panzerabwehr mit schwerem Feuer flankierend in der Verteidigung, aber auch im Angriff gegen feindliche Infanterie. Auch und besonders Umfeldstellungen durch die Feldkanonen MK20 RH 202 und durch das Feuer der Mörser mit Sprengsplitter und vor allem Nebel. Bis zur Heeresstruktur vorbestanden diese schweren Kompanien auch in der damals noch zur Infanterie gehörenden Panzergrenadiertruppe, dort aus einem Mörserzug und einem Panzerjägerzug Hot oder TOW Jaguar, die jedoch nachfolgend aufgelöst wurden. Die Unterstützung soll zukünftig durch die Artillerietruppe erfolgen. Gliederung heute Kompanieführungsgruppe Aufklärungszug oder Spielwagen Fennec Vormals nur Aufklärungs- und Erkundungszug in der Stabs- und Versorgungskompanie Joint Fire Support Trupps zur Einbindung in die Streitkräfte Gemeinsame taktische Feuerunterstützung Mörserzug Panzerabwehrzug Kampfunterstützungszug In früheren Heeresstrukturen waren der schweren Fallschirmjägerkompanie unterstellt Zwei Panzerabwehrzüge TOW Kraker nachfolgend Wiesel bis Heeresstruktur V-Feldkanonenzug Kraker mit Rheinmetall RH 222 mm Maschinenkanonen Mörserzug Die Mörser waren zeitweilig auf Brigadenebene in einer selbstständigen Luftlande Mörser-Kompanie Zusammengefasst und sollten die nicht aufgestellte Brigade Artillerie ersetzen Da die Artillerietruppe es durch den Fokus auf die mechanisierte Gefechtsführung immer vermieden hatte Eine auf die Jägertruppe ausgerichtete Feuerunterstützung durch Artillerie aufzustellen bzw. diese durch Feldartillerie der Divisions und zeitweilig Kursartillerie-Regimenta erfolgen sollte